Musik Herzlich Willkommen bei Alpha Centauri. Meine lieben Freunde, heute wird's ernst. Heute bringe ich Sie mal an den Rand der aktuellen, der alleraktuellsten theoretischen Physik. Was mit anderen Worten fast heißen könnte, ich bringe Sie an den Rand des Wahnsinns. Aber das stimmt natürlich nicht. Das war jetzt mehr ein Zitat aus den Physikern von Dürrenmatt. Nee, wo ich Sie hinbringen will, ist hinein in ein Gebiet, was wir eigentlich ursprünglich überhaupt nicht zur Physik gezählt hätten, wenn wir nicht angefangen hätten, wirklich die Welt als Ganzes erklären zu wollen. Wittgenstein hat mal gesagt, nicht wie die Welt ist, ist das Mysterium, sondern dass sie ist. Und genau darum wird es heute gehen. In gewisser Weise. Sie werden sich wundern. Also halten Sie sich gut fest, das wird nämlich kein leichter Ritt. Die Frage, um die es heute geht, ist die Frage, ist das Universum symmetrisch? Gibt es Gleichverteilungen, die wir als symmetrische Verteilung erkennen können? Also jeder weiß, was Symmetrie bedeutet. Aber ist das ganze Universum symmetrisch? Ist vielleicht sogar die Natur insgesamt? Na nun, hier stimmt doch was nicht. Ah, jetzt sind wir wieder da. Das war es nämlich. Haben Sie es gemerkt? Manchmal ist das Universum nämlich überhaupt nicht symmetrisch. Eben war es eben auf der anderen Seite. Wenn man sich morgens in den Spiegel reinschaut, dann weiß man nie, was auf der anderen Seite des Spiegels ist. Das heißt, man sieht ja in der Spiegelsymmetrie. Was die Symmetrie in der Kugel ist, ist klar. Das ist die Kugelsymmetrie, ist klar. Da ist die eine Hälfte, sieht genauso aus wie die andere. Die Symmetrie von einer Scheibe ist auch Axialsymmetrie. Die Symmetrie von einem Quadrat, wunderbar. Von einem Kristall, primisch. Können wir alles erkennen, wissen wir alles. Das ist symmetrisch. Aber was ist zum Beispiel die Symmetrie von einem Stück Kreide oder die Symmetrie von einem Baum? Ist die überhaupt da? Gibt es die überhaupt? Das ist doch nicht wirklich. Nein, 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 nein. Die Welt ist nicht symmetrisch. Die Welt kann überhaupt nicht symmetrisch sein. Und doch wird Ihnen jeder theoretische Physiker sagen, im tiefsten Inneren. Also wenn ich schon danach frage, was die Welt im Innersten zusammenhält, dann ist es Symmetrie. Das Tiefste, das Allertiefste, was wir erkennen können, meinen, erkennen zu können, in der Physik heute, was in der Natur drinsteckt, der Korn, der Kern der Wahrheit, ist symmetrisch. Wobei man allerdings hier von Symmetrien spricht, die sich einem nicht so ohne weiteres erschließen. Das will ich auch mal sagen. Also es gibt ja so wunderbare Zennsprüche, so ostasiatische Gedanken, wie zum Beispiel, was ist eigentlich der Klang einer Hand? Dass zwei Hände ein Klatschen ergeben, ist klar. Aber was ist der Klang einer Hand? Ist da Symmetrie dabei? Deswegen muss man, um einen Klang zu erzeugen, zwei Hände haben? Ist das bereits Symmetrie? Was ist die Symmetrie von Stille? Also ist Stille symmetrisch? Weil man hört ja nichts, nicht? Sie merken schon, die Symmetrien werden jetzt hier, das wird nicht mehr so einfach werden. Also, fangen wir erstmal ganz einfach an. Die Symmetrie von Atomen. Nehmen wir doch einfach mal hier ein Sauerstoffmolekül. Ein Sauerstoffmolekül besteht aus zwei Sauerstoffatomen. Die beiden Sauerstoffatome sind gleich groß, haben die gleiche Menge an Elektronen, und die beiden Sauerstoffatome bilden zusammen ein Sauerstoffmolekül. Das ist, ne, symmetrisch. Ja klar, ist es symmetrisch, weil es sind ja zwei gleiche Partner. Nehmen wir aus der Luft, diese Luftfeuchtigkeit da, nehmen wir ein Wassermolekül. Wasser besteht aus zwei Wasserstoffatomen und einem Sauerstoffatom. Nun ist der Wasserstoff viel kleiner als der Sauerstoff. Könnte da vielleicht eine kleine Asymmetrie vorliegen? Müssen wir uns bei Gelegenheit mal mit beschäftigen, denn Wasser ist ein Wahnsinns-Teil. In der Tat gibt es eine Asymmetrie, weil der Sauerstoff mehr an den Elektronen des Wasserstoffs zieht, als der Wasserstoff an den Elektronen des Sauerstoffs. Diese Asymmetrie hat einige wunderbare Konsequenzen, unter anderem die Tatsache, dass Wasser flüssig ist, wo es doch eigentlich aus zwei Gasen besteht, die, wenn sie alleine vor sich hin sind, sind sie gasförmig. Aber gut. Okay. Nehmen wir uns ein anderes Molekül vor, irgendein organisches Molekül, eine lange Kohlenwasserstoffkette mit entsprechenden kleinen OH-Verbindungen am Rand, mal links, linkshändig, mal rechts, rechtshändig. Macht das irgendeinen Unterschied, ob eine Gruppe auf der einen Seite des Moleküls hängt oder auf der anderen Seite, dass es sich so verhält wie eine rechte Hand oder wie eine linke Hand? Ja. Es gibt zum Beispiel Moleküle, die rechte Variante davon schmeckt wie Minze und die linke Variante davon schmeckt wie Kümmel. Ja. Zwischen Orangen- und Limonengeschmack ist nur die Frage der Händigkeit des Materials. Und unsere Nase kann das herausfinden. Unsere Nase ist quasi ein Quantencomputer, der herauskriegen kann, wie diese Moleküle aufgebaut sind. Ja. Aber die richtige Symmetrie, die richtigen Asymmetrien, die liegen noch vor uns. Ne? Elektronen, habe ich ja eben gesagt. Atomkern, Atomkern, Elektronen dazwischen. Die Elektronen sind 2000, nein nicht ganz, 1836 mal leichter als die Protonen. Das ist unsymmetrisch. Völlig unsymmetrisch. Die negativen Teilchen im Atom sind viel leichter als die positiven Kerne, die positiven Teilchen, die im Kern sitzen. Warum? Warum ist das so? Warum ist das Elektron 1836 mal leichter als das Proton? Wissen wir nicht. Warum ist im Atomkern ein Neutron schwerer als ein Proton? Das hat Konsequenzen. Wäre das Proton schwerer als das Neutron, würde das Proton zerfallen. Das wäre unerquicklich. Denn, wenn das Proton zerfiele, dann würde es in einen Neutron zerfallen, würde ein Positron abgeben. Das Positron würde mit einem Elektron zusammen Antimaterie, sich in Antimaterie zu strahlen, und es wäre weg. Die gesamte Materie würde gar nicht mehr aus Elementen bestehen, sondern nur noch aus Neutronen. Auch die Größe der Elektronen, die Masse der Elektronen hat Konsequenzen. Machen wir das Elektron zu schwer, wird das Atom zu klein. Gibt es keine Atomreaktion mehr. Machen wir das Elektron zu leicht, wird das Atom zu groß, löst sich sofort auf. Wenn das Elektron nur ein bisschen leichter wäre, dann gäbe es uns schon gar nicht mehr. Dann hätte die Materie sich längst in ein Plasma verwandelt. Ein Plasma, vierter Aggregatzustand, heißes Gas, nämlich nur noch aus positiven Teilchen bestehenden und negativen. Die Dinge sind nur so, wie sie sind, weil sie so sind, wie sie sind. Ich wiederhole. Also, das sind allerwichtigste Voraussetzungen. Aber sie sind asymmetrisch. Das Neutron ist schwerer als das Proton, das ist asymmetrisch. Das Elektron ist leichter als das Proton, das ist asymmetrisch. Wo kommt das her? Also schauen wir uns kurz an, wie sind Nukleonen, also Kernbausteine zusammengebaut, Neutronen und Protonen. Da gibt es D-U-U, Down and Up Quark, D für Down, U für Up. D-U-U baut ein Proton auf. D-U-D, Down, Up, Down, baut ein Neutron auf. Das sind also die Elementarteilchen, die allerelementarsten Elementarteilchen, die wir zur Zeit kennen. Das heißt, der Unterschied zwischen Proton und Neutron ist dieses eine Down. Was bei dem einen Up ist, ist bei dem anderen ein Down. Also offenbar gibt es eine Wechselwirkung, die macht aus einem Up Quark ein Down Quark oder aus einem Down Quark ein Up Quark. Ja, Sie lachen. So ist es aber nicht. Das sind tiefste physikalische Probleme, vor denen wir stehen. Wieso ist die Welt so asymmetrisch? Ja, ist sie überhaupt asymmetrisch? Zum Beispiel die Wechselwirkung, die dazu führt, dass aus einem Neutron ein Proton werden kann, unter Abgabe eines Elektrons und eines Antineutrinos. Diese Wechselwirkung ist eine schwache Wechselwirkung. Die heißt schwache Wechselwirkung, weil sie sehr schwach ist, weil sie nur sehr kurze Reichweite hat. Aber die Wechselwirkungsteilchen, diejenigen, die vermitteln die Spediteure der Kraft vom Neutron zum Proton, sind 85 Mal so schwer wie die Teilchen, die entstehen. Na, das kann doch nicht sein. Bei den Quarks, bei diesen Bausteinen, die die Kerne zusammenbauen, da gibt es nicht nur Up and Down, da gibt es noch vier andere. Eins davon, das Top Quark, das hat eine Masse, die ist fast so groß wie von einem Goldatom. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Ich meine, das Quark ist ja kleiner als ein Proton. Also das ist ja ein Bestandteil von einem Proton. Aber stellen Sie sich mal vor, ein Bestandteil von einem solchen Teilchen, Top Quark ist ja kein Bestandteil von einem Teilchen, aber es ist ein unglaublich kleines Teilchen, aber es enthält so viel Energie wie ein Goldatom. Also ich bitte Sie. Ja, das ist aber Schluss. Und doch, wir Physiker glauben an Symmetrien. Warum? Symmetrien haben eine unglaubliche Erklärungskraft. Also zum Beispiel die Symmetrie der Zeit. Ich habe Ihnen ja schon mal erzählt, dass es keine Zeitreisen gibt, aber wir in der Physik, wir sind natürlich knallhart, wir betrachten uns Systeme, bei denen wir zum Beispiel die Zeit vor- und zurücklaufen lassen können. Also zum Beispiel die Bewegung eines Wagens auf einem Luftschlitten. Die Luft bläst schön, das heißt der Wagen hat keine Reibung. Das heißt wir können den hin- und herfahren lassen, ohne dass der Wagen Energie verliert. Das heißt die Zeitumkehr hat etwas mit Energieerhaltung zu tun. Dadurch, dass ich die Zeit in meinen Gleichungen umkehren kann, komme ich einfach wieder an den Anfangszustand zurück. Solange ich das tun kann, habe ich komplette Energieerhaltung. Die Energie bleibt im System drin. Wunderbar. Natürlich in den meisten Systemen ist es nicht so. Ist ja klar. Also wir zum Beispiel sind ja keine energieerhaltenden Systeme, wir müssen was zu uns nehmen, damit wir erleben können. Wir sind offenbar nicht symmetrisch. Wir sind nicht im Gleichgewicht. Ein System, das symmetrisch ist, und darauf will ich hinaus, ein System, das symmetrisch ist, ist im Gleichgewicht. Ist klar. Also je symmetrischer ein System ist, umso gleichgewichtiger ist alles, umso gleicher ist alles. Ja, ja, doch. So, und jetzt werden wir uns mal ganz, 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 ganz langsam auf den Anfang der Dinge bewegen und fragen, ist das Universum in seinen tiefsten Urgründen? Also damals, als es entstand, als noch alles gut war, sozusagen, war es da symmetrisch. Haben wir irgendwelche Hinweise darauf, dass das so ist? Nur wir haben Hinweise. Ich habe ja vorhin schon was über die schwache Wechselwirkung erzählt. Die elektromagnetische kennen Sie alle. Das ist ja die Sache mit der Steckdose, Elektronen und Protonen, also positiv und geladene Teil. Es ist ja vor einigen Jahren gelungen, die elektromagnetische Wechselwirkung, also die Elektrizität, mit der schwachen Wechselwirkung zu vereinigen. Die elektromagnetische Wechselwirkung ist nun diejenige, die vermittelt wird durch Photonen. Das Licht zum Beispiel ist ein elektromagnetischer Effekt. Photonen haben keine Ruhemasse. Ruhemasse Null. Deswegen können Sie sich auch mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Diese Teilchen, die die schwache Wechselwirkung vermitteln, haben eine sehr hohe Ruhemasse. Und trotzdem ist es gelungen, diese beiden Wechselwirkungen zu einer elektro-schwachen Wechselwirkung zu vereinigen. Nämlich, bei sehr hohen Energien ist es egal, ob das Photon eine Ruhemasse hat oder nicht, weil es dann so viel Energie hat, dass es praktisch der Ruhemasse von diesen Wechselwirkungsteichen der schwachen Wechselwirkung entspricht. So, das heißt, bei hohen Energien fangen meine ganzen Asymmetrien an, sich mehr und mehr aufzulösen. Wie muss ich mir das vorstellen? Na ja, nehmen wir ein ferromagnetisches Material. Eisen. Eisen kann einen Magnetismus in sich haben, wenn es magnetisiert ist. Aber nur bis zu einer bestimmten Temperatur. 900 Grad, danach löst sich der Magnetismus in dem Material wieder auf. Kühle ich von hohen Temperaturen unter 900 Grad, bilden sich spontan sogenannte weiße Bezirke, in denen die Elektronen alle gleich ausgerichtet sind und sich dadurch ein Magnetismus ausbildet. Worauf will ich hinaus? Oberhalb von 900 Grad ist alles symmetrisch. Unterhalb von 900 Grad fangen diese Bereiche an und werden asymmetrisch, weil das Magnetfeld eine Richtung vorgibt. Und wir vermuten, dass in unserem Universum die Symmetriebrechung, also der Sündenfall der Materie, bei einer Temperatur von 10 hoch 32, 10 hoch 34 Kelvin stattgefunden hat. Davor war das Universum völlig symmetrisch. Da war alles gleich. Alles. Und in dem Moment, wo die Temperatur runterfiel, da kristallisierte sozusagen eine Wechselwirkung nach der anderen aus. Am Anfang die Gravitation, dann die starke Wechselwirkung, die die Atomkerne zusammenhält, dann die elektroschwache Wechselwirkung. Und zuletzt trennten sich die beiden. Das heißt, wir sind heute nicht in der Lage zu erklären, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Die Massen der Elementarteilchen sind für uns nach wie vor Bücher mit sieben, mit möglicherweise mehr als sieben Siegeln. Die Suche nach der Symmetrie in der Natur ist der zentrale Weg aller derjenigen, die an dieser riesengroßen Karawane der theoretischen Physik teilnehmen. Wir sind auf der Suche nach der verborgenen Symmetrie im Universum, weil das uns der Schlüssel zu sein scheint für die allergrößten Wahrheiten, die wir in der Naturwissenschaft überhaupt erreichen. Die Frage ist, wird uns das jemals gelingen, tatsächlich solche Theorien aufzustellen, die dann auch noch experimentell zu überprüfen sind, das wissen wir nicht. Das war jetzt mal so ein kleiner Hinweis auf das, was sich in der alleraktuellsten Forschung der theoretischen Physik abspielt, der Vereinigung von Kosmologie und Elementarteilchenphysik. Und wie hat Heumer von Dittwurth das mal so schön gesagt, Naturwissenschaft ist der Versuch, bei der Erklärung der Natur ohne Wunder auszukommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017